hallo und herzlich willkommen liebe freunde und salvete spektatores zu einem weiteren kanal update heute mit einem thema das ich schon seit einem jahr ungefähr mit mir rum trage aber das noch nie so wirklich konkret geworden ist es geht dabei darum dass ich jetzt bei patreon bin und es liegt mir jetzt natürlich fern hier um unterstützung zu betteln ich möchte es deswegen erst mal nur bei dem hinweis darauf belassen dass ich bei patreon bin dass ihr den link dazu ganz oben in der video beschreibung findet oder vielleicht auch in den kommentaren ich muss mal gucken wie ich das hier am besten poste und dass ihr mich dort unterstützen könnt das patreon-netzwerk ist wahrscheinlich den meisten bekannt ansonsten erledigt dass eine schnelle google anfrage und ihr werdet sehr schnell informiert was das ist falls ihr das noch nicht kennt jedenfalls ist patreon eine plattform muss man sozusagen um content creator zu unterstützen finanziellerweise durch eine monatliche spende zum beispiel das ist jetzt nur ein beispiel die frage ist jetzt aber für mich halt er warum habe ich das jetzt überhaupt gemacht und warum trete ich an euch heran und sage wenn ihr wollt ich fordere euch jetzt nicht dazu auf aber wenn ihr wollt könnt ihr meine arbeit jetzt auf patreon unterstützen also wie begründe ich das jetzt euch gegenüber da gibt es ein paar dinge die sich da in letzter zeit ereignet haben die das jetzt in meinen augen nicht ja zu einer existenziellen sache machen aber die das in meinen augen irgendwie notwendig machen der erste punkt ist auch der wichtigste der betrifft die qualität meines content ich habe meinen letzten rechner vor acht jahren gekauft und ich habe mir jetzt mal neun gekauft und ich merkte schon doch eine deutliche verbesserung bei dem erstellen der videos da ist aber immer noch eine relativ alte grafikkarte drin oder relativ alt weil sie ist auch schon outdated auf jeden fall und ich finde das relativ schlecht wenn du halt videos produziert und du schaffst halt nicht mal die 50 oder 60 frames pro sekunde die die videos halt optisch anspruchsvoll machen also das heißt ich würde gerne videos in einer besseren qualität produzieren und ich denke da ist es durchaus sinnvoll in etwas häufigeren taktungen investitionen zu tätigen in technisches equipment also in der hinsicht mikro könnte ich vielleicht auch mal ein update gebrauchen vielleicht brauche ich auch mein neues audio interface das heißt also ich trage schon so seit einigen jahren mit mir eine gewisse unzufriedenheit bezüglich meines selbst produzierten content mit mir rum und ich möchte daran jetzt gerne etwas ändern für mich es soll sich auch was daran ändern ich bin damit schon unzufrieden und da habe ich jetzt gedacht da könnte patreon tatsächlich eine sinnvolle sache sein wo man eben einen content creator unterstützen kann natürlich muss man dabei patreon jetzt keine zweckmäßigen angaben machen wofür man dieses geld verwendet ich halte das aber für eine sehr sinnvolle sache um weiterhin einen qualitativ hochwertigen content produzieren zu können es wohnt mich einfach tierisch wenn ich halt diese spiele die ich gerne spiele teilweise nicht mal in 50 frames pro sekunde aufnehmen kann oder ähnliches und ich mir dann denken gebe ich jetzt die kohle für eine neue grafikkarte aus oder nicht aja kommen hier warst du noch ein jahr oder so das wohnt mich momentan ziemlich es liegt mir jetzt auch total fern hier einer dieser youtuber sein zu wollen der euch jetzt vor rechnet wo er überall drauf zahlt und wo er überhaupt kohle verliert oder sowas das ist auch überhaupt nicht mein anspruch ich bleibe tatsächlich bei meiner aussage die schon vor ganz langer zeit getätigt habe tatsächlich ist es youtube mir wirklich mein hobby und ich finde dass es das auch bleiben sollte was ich hier mit dieser aktion jetzt hier bezwecke warum ich dieses video aufnehme ist einfach nur die leute einzuladen die mich aus freien stücken ohnehin schon unterstützen wollen und vielleicht immer nach einer möglichkeit gesucht haben um das zu tun denen diese möglichkeit jetzt zu operieren und ich will jetzt nicht rumgehen und schnorren oder so bitte versteht das jetzt auf gar keinen fall falsch das möchte ich wirklich nicht sondern es soll eine möglichkeit sein für die leute die ohnehin schon eine gewisse bereitschaft haben um denen einfach nur eine möglichkeit zu eröffnen jetzt gibt es aber noch einen anderen punkt den ich sehr sinnvoll finde das betrifft das community building über patreon natürlich kann man da so tolle wegmarken setzen so ab 150 leuten die einen da stützen kann man irgendeinen event machen und so weiter und so fort oder da kann man irgendwie das kann man relativ frei einteilen also ihr könnt euch auch mal angucken ich habe auch schon einige ideen auf meiner seite verankert und darunter sind zum beispiel eine idee wäre nämlich mal ein community treffen zu machen wo man dann auch ein bisschen was von der unterstützung an die community zurückgeben kann das fände ich zum beispiel eine faire aktion das wäre dann auch noch mal gleichzeitig eine möglichkeit um sich mit den supportern mal neuleutsch gesprochen zu treffen das andere betrifft dann aber das live streaming und da denke ich ist eine gewisse unterstützung über patreon auch wünschenswert weil ich ja zum beispiel kein ich wäre kein professioneller twitcher irgendwie werden oder kein twitch partner irgendwie werden aber ich habe trotzdem schon den anspruch ich werde so oft gefragt ob ich letztlich ob ich auch mal live streams einrichten soll und da habe ich mir gedacht das könnte doch vielleicht mal so ein ziel sein wenn eine gewisse anzahl an leuten da supportet dass man dann für die auch so ein live stream anbietet einmal in der woche oder so erstmal jetzt nur anfängliche ideen ich bin da übrigens auch für eure an für eure anregungen vollkommen offen und ihr könnt mir gerne vorschläge machen machen ruhig vorschläge in die kommentare oder schreibt mich auch gerne auf patreon direkt an da gucke ich jetzt momentan regelmäßig rein und da lese ich das auf jeden fall sehr zeitnah und ich denke da gibt es genügend möglichkeiten wie man den kanal noch erweitern kann und das wäre quasi der dritte punkt über den ich noch reden möchte und jetzt kann ich direkt erst meine entwarnung geben keine sorge ich werde hier nicht irgendwie mit der mit dem erhobenen zeigefinger rumlaufen und sagen wenn ihr nicht dann passiert oder irgendwie sowas ist totaler käse ja also mein kanal bleibt mein hobby und der bleibt das auch weiter und ich werde da weiterhin meine videos produzieren weiterhin meine videos hochladen ich habe aber überlegt tatsächlich könnte das das muss muss ich aber abwarten tatsächlich könnte das eine möglichkeit sein zu sagen ich reduziere tatsächlich irgendwann mal meine exorbitanten arbeitsstunden um sagen wir mal 45 oder sechs oder so und arbeite irgendwann tatsächlich mal ein bisschen weniger wenn man das halt auf der anderen seite kompensieren kann das ist aber absolute zukunftsmusik das wäre das wäre ein absoluter traum oder ein absoluter wunsch den ich jetzt nur mal hier so ein bisschen schemenhaft an die wand projizieren kann ich stelle aber natürlich natürlich das was momentan viel zeit verbraucht ist zeit für die family und das kann man definitiv nicht und das soll auch niemand irgendwie mit geld kompensieren oder ähnliches das ist totaler humbug das möchte ich auch gar nicht haben abgesehen davon die familie ist mir total wichtig und so und ich will da auch gar keine priorisierung vornehmen müssen ich versuche das schon immer so unter einen hut zu kriegen oder danke ich euch auch noch mal für euer verständnis weil wirklich viele leute ja auch gesagt haben als ich von der geburt meines zweiten kindes erzählt habe dass ich ja noch mal vater geworden bin weil auch ganz viele leute mich beglückwünscht haben bei denen möchte ich mich jetzt auch übrigens noch mal ganz herzlich bedanken das ist vorher so ein bisschen untergegangen aber ich habe die nachrichten noch alle gelesen habe mich sehr gefreut auf facebook gab es auch viele die mich da beglückwünscht haben und das fand ich auch total toll auch noch mal danke dafür in meinen augen bietet patreon als plattform aber auf jeden fall die möglichkeit den kanal weiterzuentwickeln und ich sage auch noch mal wenn da jetzt jemand hingeht soll der bitte nicht mit der erwartung mich unterstützen aus mir einen professionellen youtuber zu machen das wird nicht passieren es kann aber helfen so eine balance zwischen youtube arbeit familie eher herzustellen beziehungsweise er um genau zu sein arbeit und youtube weil das ist das was ich tatsächlich in meinen augen wirklich ausbalancieren kann und wo man wirklich optimieren kann bei familie möchte ich keine abstriche machen aber das wisst ihr ja selbst also und da habe ich auch euer verständnis bisher immer gehabt und das finde ich auch gut so wozu soll die ganze show so noch dienen also ich möchte noch mal so ein bisschen zusammenfassen ich will auf jeden fall etwas mehr zeit in meine videos stecken ich möchte auch etwas mehr zeit in die bearbeitung stecken ich möchte etwas mehr in meine technische ausstattung investieren und möchte dadurch insgesamt besseren content liefern jetzt werden viele sagen auch günner dein content ist ja absolut in ordnung da bin ich euch auch mega dankbar für das problem ist dass ich momentan nicht so wirklich damit zufrieden bin was für content ich so produziere und da sehe ich einfach eine möglichkeit was zu ändern und vielleicht auch was zu verbessern das will ich eigentlich tun und ich habe zum beispiel jetzt dieses video gemacht mit dem review für desert kingdoms das kommt nachher raus das ist glaube ich noch nicht online da habe ich mich mal ein bisschen länger hingesetzt und habe mal ein paar aufnahmen wieder gemacht aus dem spiel haben wir wieder ein bisschen videoschnitt gemacht und so ist jetzt alles noch nicht so wahnsinnig professionell ich habe ja auch super wenig zeit dafür um sowas zu machen und so viel zeit möchte man ja ehrlich gesagt nicht unbedingt in die nachbearbeitung von videos stecken ich möchte das aber eigentlich ganz gerne tun und will mich da ein bisschen stärker auch wieder meinem content widmen können und insofern sehe ich hier eine gelegenheit was zu machen und was zu verändern was zum beispiel auch dazu gehört erstmal das erstellen von einem intro oder abspann video ich bin eigentlich kein freund von intro videos und wahrscheinlich werde ich darauf auf verzichten aber ich glaube ich möchte ganz gerne irgendwann mal so ein abspann video produzieren und das möchte ich auch mal mit dem entsprechenden aufwand produzieren weil es einfach gut werden soll und ja das ist zum beispiel auch ein projekt was ich da gerne umsetzen wollen würde fände ich auf jeden fall auch gut das war es dann auch an dieser stelle von mir ich wollte euch erstmal über die möglichkeit mich bei patreon zu unterstützen informieren und hoffe dass euch die information weiterhilft ich freue mich auf jeden fall über eure rückmeldung schreibt mir doch bitte einen kommentar oder eine nachricht und ich versuche dann auch zeitnah darauf zu antworten den link zum zu patreon findet ihr nicht nur auf meiner kanalseite sondern den findet ihr auch noch in der video beschreibung ich bedanke mich ganz herzlich fürs zugucken und fürs zuhören vor allen dingen und sage dann bis zum nächsten mal in diesem sinne pack so bis zum nächsten mal in diesem